Hi ich bin Thomas und willkommen im heutigen Video. Wir werden uns heute das Seasonic Focus Plus ansehen, bevor wir aber zum eigentlichen Test kommen, einige Informationen vorab zum Netzteil selbst. Die Netzteile gibt es insgesamt in drei Varianten, einmal die vollmodularen Focus Plus, die gibt es mit Gold und Platinum Zertifikat, sonst ähneln sich diese Netzteile in Ausstattung und Spezifikation. Es gibt aber auch noch eine dritte und eher weniger bekannte Variante, die Focus ohne Plus in der Bezeichnung. Der größte Unterschied zu den Focus Plus ist, dass diese Netzteile nur Teilmodular sind und auch nur als Goldversion erhältlich. Wir werden uns hier das Focus Plus Gold ansehen, denn die Version ist vom Preis-Leistungsfaktor am attraktivsten und da die Netzteile sonst kaum voneinander unterscheiden, sind die restlichen Ergebnisse auch übertragbar. Ich habe jetzt hier ein Seasonic Focus Plus mit 650 Watt Leistung, das Netzteil kann auf der 12 Volt Leitung 648 Watt bereitstellen und sitze typisch für Seasonic auf eine Single Volt Single Way mit 54 Ampere. Die kombinierte Leistung auf 3,3 und 5 Volt beträgt 100 Watt, das ist heute üblicher Standard. Die Unterschiede zwischen den 550 Watt und 650 Watt Version sind an sich sehr gering, die 100 Watt Mehrleistung machen eigentlich beim Wirkungsgrad keine großen Unterschiede. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied bei der Kabelausstattung, den ihr beim Kauf berücksichtigen solltet. Und zwar betrifft dieser die Anzahl der PC-Express-Stecker. Das 550 Watt Modell besitzt ein Kabel mit zwei 6 plus 2-Pin-Steckern, während das 650 Watt Modell davon zwei bietet, also insgesamt vier PC-Express-Stecker. Für die meisten Fälle ist das irrelevant. Aber bei vom Werk aus übertragten Grafikkarten ist es nicht empfehlenswert, die zwei PC-Express-Anschlüsse an der Grafikkarte mit nur einem Kabel zu versorgen. Das wird auch von Cisonics selbst nicht wirklich empfohlen. Ich versuche mal ganz kurz zu erläutern, woran das liegt. Das Problem hier ist nicht das Kabel selbst, jedenfalls nicht primär, sondern dass wir am Netzteil nur eine einzelne Buchse haben. Und wenn der Grafikkartenhersteller sich nicht so ganz an die Spezifikationen hält, könnte hier der Anschluss überlastet werden. Wir sprechen hier aber wirklich von einem Worst-Case-Szenario. Wer eine standardmäßige Grafikkarte besitzt, sollte keine Probleme haben. Besitzer kleiner Karten sollten sich auch überhaupt keine Sorgen machen. Wer eine vom Werk übertaktete Karte besitzt und sicher gehen will, greift aber eher zur 650 Watt Variante. Kommen wir aber zu den Testergebnissen und beginnen mit dem Wirkungsgrad. Bei 115 Volt Eingangsspannung sehen wir, dass das Seasonic Focus Plus bei niedrigen Lasten in Platinum-Bereiche vorstützt und zwischen 20 und 60 Prozent Lasten einen Wirkungsgrad um 90 Prozent erreicht. Danach fällt es auf Gold-Niveau herab. Für uns in Europa sind aber die Werte bei 230 Volt Eingangsspannung wichtiger. Und hier liegt das Netzteil deutlich über den Vorgaben für das 80 Plus Gold Zertifikat bei 230 Volt Eingangsspannung. Wie ich schon mal erwähnt hatte, ist das keine Selbstverständlichkeit für Netzteile, die bei 115 Volt zertifiziert werden. Erwähdenswert ist auch hier, dass wir hier zwischen 30 und 60 Prozent Lasten einen Wirkungsgrad um 92 Prozent erreichen. Aber schauen wir uns mal den Wirkungsgrad bei geringen Lasten. Das Focus Plus erreicht zwar ansehnliche, aber heute durchaus übliche Ergebnisse für diese Preisklasse. Im unteren Bereich des Diagramms ist die Verlustleistung aufgetragen, die sich hier zwischen 8 und 12 Volt bewegt. Kommen wir zu der Spannungssituation. Bei den Spannungen sind die Ergebnisse für ein Netzteil dieser Preisklasse insgesamt gut. Die 12 Volt Leitung ist mit einem Spannungsabfall unter 0,5 Prozent hervorragend und erinnert uns an den großen Bruder, das Seasonic Prime Titanium. Auf den Nebenspannungen bewegt sich das Focus Plus mit um 2 Prozent Spannungsabfall, aber nur noch auf einen für die Klasse üblichen Wert. Wenn wir uns aber die absoluten Zahlen ansehen, sprechen wir hier von Werten unterhalb von 0,1 Volt. Insgesamt bleibt das Netzteil weit unter der 5 Prozent Herde und damit weit innerhalb der Spezifikation. Wenn wir zu den Crossload Lasten wechseln, dann reagiert das Fokus auf diesen Lastwechsel kaum. Jedenfalls sind die Änderungen nicht wirklich erwähnenswert. Bei der Restfälligkeit sehen wir maximal 42 Millivolt. Das ist bei erlaubten 120 Millivolt Maximum ein durchaus gutes Ergebnis. Die Restfälligkeit ist auch gleichmäßig auf der 12 Volt Leitung. Lediglich am Atex-Stecker sieht man kleinere Störungen. Das ist aber Kritik auf sehr hohem Niveau und vollkommen unbedenklich. Bei den Nebenspannungen haben wir maximal um die 20 Millivolt. Auch dieser Wert ist weit unterhalb der 50 Millivolt Grenze für die Nebenspannung. Kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den Schutzschaltungen. Wie man im Video sieht, schaltet das Netzteil bei ungefähr 860 Watt ab. Laut meinem Protokoll hier bei 878 Watt. Diese 35% Überlast erscheint einem relativ hoch, ist aber beim Saisonic Focus Plus unproblematisch, da die Spannung nur leicht auf 11,9 Volt einbricht und der Spannungsabfall selbst noch weit innerhalb der 5% Grenze liegt. Bei der Überstromsicherung der OCP wiederholt sich das Ergebnis auf der 12 Volt Leitung. Jedenfalls sehen wir ein ähnliches Verhalten. Bei Single-Rail Netzteilen sind OCP und OPP auch beinahe wertungsgleich. Auch auf den Nebenspannungen gibt es nichts zu beanstanden. Die Spannungen bleiben von der Überlast unbeeindruckt und der Abschaltpunkt ist beinahe gleich und liegt bei ungefähr 28 Ampere. Auf keinen der Leitungen bricht die Spannung möglich ein und das Netzteil schaltet immer korrekt ab. Auf Kurzschlüsse reagiert das Saisonic gut, einzig auf 3,3 Volt und 5 Volt etwas träger. Kommen wir zum Lüfter. Bei der Lüftersteuerung setzt die Saisonic schon länger auf einen umschaltbaren Semi-Passivmodus. Im aktiven Modus dreht der Lüfter bis 550 Watt Last mit ungefähr 500 Umdrehungen pro Minute. Darüber steigt die Drehzahl exponentiell an und erreicht mit 1200 Umdrehungen pro Minute ihr Maximum. Die meisten Anwender werden diese Lasten aber nicht wirklich erreichen und somit das Netzteil kaum bemerken. Im semi-passiven Betrieb startet der Lüfter erst bei ungefähr 30% Last. Da die Lüftersteuerung nicht nur Last, sondern auch Temperatur gesteuert ist, kann der Punkt auch etwas variieren. Wir hatten aber ein leichtes Problem mit der Hysterise der Lüftersteuerung. Zwischen 30 und 50%iger Last kann der Lüfter regelmäßig an- und ausgehen. Das Problem muss nicht auftreten, kann aber. Kommen wir zu den Temperaturen des Netzteils selbst. Wie so oft sehen wir im Netzteil Inneren erhöhte Temperaturen am Transformator. Mit 70 Grad Celsius ist dieser aber vollkommen unbedenklich. Hier zeigt die hohe Lüfterdrehzahl bei maximaler Lastwirkung und erklärt auch die 10 Jahre Herstellergarantie. Die anderen Temperaturen sind, bis auf leicht erhöhte Temperaturen an den Netzteilwuchsen, eher unauffällig. Bevor wir zum abschließenden Fazit kommen und alles nochmal zusammenfassen, falls ihr Fragen habt, ihr den Test nochmal nachschlagen wollt, ich verlinke euch den ausführlichen Artikel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch weitere Diagramme und Messungen, auf die ich im Video nicht eingegangen bin. Wie zum Beispiel zu Hold-Up-Time, Einschaltstrom und deutlich mehr Diagramme zu Spannungen und Wirkungsgrad. Kommen wir aber zum Fazit. Mit dem Focus Plus ist der Sonic ein sehr interessantes Netzteil genommen. Der Wirkungsgrad liegt deutlich über den Anforderungen für das Gold-Zertifikat bei 115V und bei 230V Eingangsspannung. Die Spannungsregulation erreicht in einigen Punkten Prime-Niveau und wir haben eine gute Restwelligkeit. Das Netzteil ist vollmodular, hat eine relativ gute Hold-Up-Time und bietet eine umschaltbare Lüftersteuerung zwischen Semi-Passiv- und Aktiv-Modus. Es ist relativ leise bei ungefähr 550 Umdrängungen pro Minute und das bis zu 70%iger Last. Leider ist die Hysterese im Semi-Passiv-Modus nicht optimal und die Lautstärke bei Voll-Lust insgesamt etwas hoch. Damit wären wir am Schluss angelangt, falls ihr noch Fragen zum Test habt, zum Netzteil oder auch Verbesserungsvorschläge, freuen wir uns auf eure Kommentare. Ich verabschiede mich dann und sage bis zum nächsten Netzteil-Test.